Hallo, ich bin der Johannes, bin 53 Jahre alt, schwul und lebe hier in Linz mittlerweile. Und ich kann jedem sagen, es wird besser in dem Moment, wo du dich selbst akzeptierst, zu dir selbst ehrlich bist und zu deinen Mitmenschen. Ich selber bin in einer kleinen Schwarzwaldgemeinde groß geworden. Familie, Umfeld, Kirche, alle sagte, schwul geht nicht. Bis ich mit 40 vor einem gescheiterten Haufen Leben stand und endlich zu mir selber fand. Ehrlich war und es war viel besser. So schön offen. Heute lebe ich mit meinem Partner hier in Oberösterreich. Und meine Botschaft an euch, auch als Vizemister Leather Austriats 2017 ist, Es wird besser, wenn ihr euch toleriert, akzeptiert und so nehmt, wie ihr seid. Macht's gut!